Es ist oft die Rettung in letzter Sekunde, wenn die Feuerwehr anrückt, um eingeklemmte Unfallopfer zu befreien. Und genau deshalb müssen die Lebensretter auf alle Gegebenheiten und auf alle Fahrzeugtypen vorbereitet sein. Gerade bei modernen Fahrzeugen erschweren Gestalt und Festigkeit der Karosserie oft die technische Rettung. Ein Beispiel hierfür ist der BMW i3. Dieser Wagen ist eines der ersten Fahrzeuge, die eine völlig neue Konstruktionsform der Karosserie aufweisen. Wir haben hier ein Fahrzeug, was zusätzlich aus einem ganz neuen Werkstoff im Karosseriebau besteht, nämlich aus Carbon-Faser-Verbundwerkstoffen. Und hier ist es ganz, ganz wichtig zu erproben, funktionieren denn die Werkzeuge der Feuerwehren und dauert es länger, aus so einem Fahrzeug zu retten? Können wir also auch alle Retter weiter in diese Richtung ausbilden? Oder müssen wir ganz neue Techniken erarbeiten oder neue Werkzeuge besorgen? Der Schneideversuch macht klar, die Werkzeuge funktionieren auch bei Carbon-Fahrzeugen. Allerdings müssen die Experten der Feuerwehr ihre Techniken an das neue Material anpassen. Die größten Probleme waren, dass wir anfangs nicht wussten, wie verhält sich das Material beim Schneiden, dass es im Gegensatz zum Blech eben nicht reißt. Und dass bei dem Fahrzeug jetzt zum Beispiel die B-Säule gefehlt hat und dass man daher die ein oder andere Rettungstechnik anders anwenden muss. Die Technik ist immer nur so gut wie der Mensch, der die Technik bedient. Und so haben wir das ganz gut austesten können und die Probleme eigentlich alle beseitigen können. Die Feuerwehr hatte bei dieser Probe zum ersten Mal die Möglichkeit, den Ernstfall an einem Carbon-Fahrzeug zu üben. Aus Sicht der ADAC-Unfallforschung und der Feuerwehr sind solche Übungen zwingend notwendig. Denn schließlich entscheidet der Ablauf der technischen Rettung oft über Leben und Tod. Für die ADAC-Unfallforschung ist es sehr wichtig, Rat von Rettern und Rettungsexperten einzuholen. Denn nur diese Leute können entscheiden, welche Informationen müssen auf das Rettungsdatenblatt, was ist bei einem Fahrzeug kritisch oder was funktioniert bei einem Fahrzeug in der Rettung. Und nur diese Leute können auch entscheiden, wie können wir denn die Rettung weiter verbessern, durch fahrzeugtechnische Maßnahmen oder durch taktische Maßnahmen. Fazit? Carbon splittert und bricht beim Schneiden. Dies erfordert zwar ein technisches Umdenken bei der Feuerwehr, trotzdem können die Experten genauso gut und schnell retten. Wie bei allen anderen Fahrzeugen auch.